Sie hören Amsel, Drossel, Tod und Stab von Mona Nikolai, gelesen von Uwe Teschner, ein Hörbuch des Argon Verlags. Das erste Mal seit Monaten ging Schmittchen leichtfüßig in Richtung Vereinsheim. Auf den heutigen Tag hatte er schon sehr lange hingefiebert, so wie die meisten seiner Mitstreiter ebenfalls. Von 90 Prozent der Gartenfreunde in ihrer Anlage ganz zu schweigen. Die Vorstandssitzung stand an. Und er hatte ein gutes Gefühl. Endlich würden diese ewigen Streitigkeiten ein Ende nehmen. Wenn dafür ein bisschen mehr Arbeit an ihm hängen blieb, nun, dann war das eben so. Ihm auch schon egal. Alles war besser als der Ist-Zustand. Der Vorstand tagte zweiwöchentlich im Konferenzraum des Bezirksvorstandes am Eingang zur riesigen Kleingartenanlage Rosenthal. Schmittchen selbst hatte dafür gesorgt, dass sie diese Räumlichkeiten nutzen durften. Er saß in beiden Vorständen. Es war ein wunderschöner Freitagabend nach einem sehr heißen Tag Anfang September. Für viele die beste Zeit des Jahres. Überall roch es nach Grillkohle und in den Gärten wimmelte es nur so von Menschen. Auch wenn er die Einsamkeit schätzte, mochte er es, die Anlage so voll zu sehen. So sollte es doch sein, oder nicht? Wobei er mit leisem Bedauern feststellen musste, dass die meisten Gartenfreunde ihre Pflichten zugunsten sommerlicher Freuden hatten schleifen lassen. Ein Effekt, der jedes Jahr zuverlässig und unmittelbar nach der Gartenbegehung im Juni eintrat. Menschlich war das nachvollziehbar. Und tatsächlich waren die Gartenarbeiten, die ihm früher anfielen, deutlich wichtiger als das Nacharbeiten im Sommer. Schmädchen gefiel es trotzdem nicht. Dass heute Abend niemand mehr werkelte, war allerdings kein Wunder. In etwas über einer Stunde würde das Fußballspiel Union Berlin gegen Hertha BSC angepfiffen. Ein Heimderby, das ausnahmslos alle Gartenfreunde der Anlage vor die Bildschirme locken würde. In vielen Gärten konnte er schon die Vorberichterstattung laufen hören. Schmädchen schmunzelte in sich hinein. So unkreativ manche bei der Bestückung ihrer Beete waren, so sehr wuchsen sie über sich hinaus, wenn es darum ging, den Fernsehempfang im Garten zu sichern. Er selbst hatte für Fußball nichts übrig. Aber heute spielte er ihm in die Hände. Er hatte die Sitzung extra so gelegt, damit sie zeitlich nicht ausartete. Und wie immer kam er ein kleines bisschen zu spät. Schmädchen mochte es nicht, auf andere zu warten. Auch weil er dann Smalltalk betreiben musste, was er ebenso wenig mochte. So kam er immer als Letzter, was ihm die Möglichkeit gab, die Sitzung direkt zu eröffnen. Schnell überprüfte er, ob auf jedem Platz seine Tagesordnung lag und an seinem Pult ein Glas Wasser stand, was beides der Fall war. Schmädchen durchmaß den Raum mit wenigen Schritten, nickte in die Runde und räusperte sich. »Sind wir vollzählig?« »Gut, dann kann es ja losgehen.« Er räusperte sich erneut. Tagelang hatte er überlegt, wie er den Tagesordnungspunkt 1 umschreiben sollte, was er sagen sollte. In seinem Kopf hatte er alles immer wieder hin und her gewälzt. Es war kaum zum Aushalten gewesen. Zu einem Ergebnis, das ihn zufriedengestellt hätte, war er allerdings nicht gekommen. Manche Dinge konnte man einfach nicht blumig umschreiben. »Ihr wollt sicher alle schnell wieder zurück in eure Gärten, das Wetter ist ja herrlich, und das Spiel fängt gleich an.« Um ihn herum erhob sich zustimmendes Murren. Seine Vorstandskollegen waren nicht in der Stimmung für eine Sitzung. Schmädchen hatte aus dem Augenwinkel gesehen, wie einige ihre Mollen hinter die Stuhlbeine geschoben hatten, als er reinkam. Bestimmt hatte Theo sie versorgt. Schmädchen fand, man könne ja auch mal eine Stunde auf sein Bier verzichten. Doch er hatte keine Lust, sich zu streiten. »Kommen wir also direkt zu Tagesordnungspunkt 1,« fuhr er fort und atmete noch einmal tief durch. »Die Verabschiedung unseres geschätzten Vorstandsmitglieds Mike Reuter. Da muss ich einhaken, Schmädchen,« unterbrach ihn Mike Reuter ziemlich unhöflich, und Schmädchen hielt irritiert inne. »Wieso das?« fragte er und hob die rechte Braue. Mike stand auf. Seinen Schultheist ganz offen in der rechten Hand haltend, grinste er breit und schaute von einem zum anderen. Schmädchens Herz begann unangenehm schnell zu klopfen. Er kannte dieses Grenzen. Und er mochte es nicht. »Weil ich hätte mir anders überlegt, aber deshalb. Du kannst dir deine Lobeshymnen sparen, Schmädchen, ich bleibe euch erhalten.« Nun grinste er noch breiter. Seine Mundwinkel erreichten fast die Ohrläppchen, während Schmädchens linkes Auge zu zucken begann. Im Raum hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Die anderen Vorstandsmitglieder schauten so entgeistert rein, wie er sich fühlte. Mike schien es entweder nicht zu bemerken, oder es interessierte ihn nicht. »Aber ihr habt doch gebaut,« sagte Schmädchen nun, weil ihm nichts anderes einfiel. Du hast den Parkverpackung…